Alright, nächste Programmvorschau. Tja, vielleicht sieht man es hier, ich glaube Greta kriegt jetzt hier ein Bärtchen. Und ja, Regenbogen, da habe ich dann was rausgezogen von Babylon Decoded. Die Bedeutung davon so ein bisschen oder eine andere Analyse im Hinblick auf das. Dann wieder ganz viel Hartz IV News. Morgen geht es da weiter. Ja, ich habe da, manchmal kommt ja da gar nichts und da kamen jetzt dann heute zwei Sachen raus. Also da geht es dann morgen weiter und tja, auch da wieder die Frage, wann fangt ihr an zu denken? Wo ist euer Spirit? Aber ja, hier, hier, hier ist wahrscheinlich euer Spirit. Und da spreche ich jetzt natürlich nicht die Aufgewachten und Aufgewachteren an. In dem Sinne, könnt ihr gerne schauen bei VK, bei Bitschut, die sich den Trailer bei Wegnews.tv aufrufen. Entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeile. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank.